Hallo und herzlich willkommen zu meinem Double Bass Tutorial Video Gap Jumper. Das bedeutet so viel wie Lückensprenger und hier geht es in erster Linie um die Koordination von Double Bass Schlagzeugspielen. In meinem vorherigen Video ging es um die Auffärmung, wo wir jeden Fuß einzeln 100% Aufmerksamkeit geben und hier geht es um klassische Double Bass Figuren. Bedeutet wir spielen den rechten Fuß durch und hüpfen mit dem linken ab und zu in die freien 10 Zeiten mit rein oder der Umkehrschluss wir spielen mit dem linken Fuß durch und hüpfen mit dem rechten Fuß in die Lücken rein. Das erfordert auf jeden Fall einige Trainingseinheiten und viel Geduld, fordert aber Immense Koordination und Groovegefühl. Ich habe mal zwei Übungen aus meinem aktuellen Buch präsentiert, einmal die binäre Geschichte und einmal die tenäre Herangehensweise. Viel Spaß dabei! Musik Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bye-bye.